Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Fault. Hier ist 5. Ihr wisst schon, ca. 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an! Diese Woche war es soweit. Am Montag ist Apples jährliche Entwicklerkonferenz, die WWDC, gestartet. Neue Hardware gab es diesmal auch zu bestaunen. Apple hat seinen M2-Chip vorgestellt, den Nachfolger vom M1. Wird es dann als erstes in den neuen MacBook Airs geben? Gibt es nicht im Komplettbund, aber blau ist als Farbe dazugekommen. Und das normale 13er MacBook Pro, das mit Touchbar, gibt es dann auch mit einem M2. Wann? Naja, erst mal ab nächsten Monat, sagt Apple. Ob die dann schon ausgeliefert werden oder nur vorbestellbar sind? Hm, es wurde auf jeden Fall kräftig an der Preisschraube gedreht. Aber auf der Entwicklerkonferenz geht es natürlich um Software. iOS 16 wurde vorgestellt und das neue oder eins von vielen Funktionen, der Lockscreen wird in Zukunft anpassbar sein. Von Farbauswahl, bei der Schriftart, von Größe, von Widgets, die besser funktionieren sollen. Da wird einiges kommen. Mail und iMessage sollen sich in Zukunft auch, naja, iMessage zurückholen lassen, beziehungsweise auch editieren lassen innerhalb von, ich glaube, den 10, 15 Minuten. Bei Mail wird es zukünftig so sein, naja, die werden zeitversetzt gesendet, dass man sie ja nochmal zurückholen kann. Wahrscheinlich hat man da so einen Countdown, 5 bis 10 Sekunden oder sowas. Auch später senden. Da hat sich Apple viel von Drittanbieter-Apps abgeguckt. macOS wird auch eine neue Version geben. Natürlich. Heißt nicht Ace Ventura, sondern nur Ventura. Ist, glaube ich, ein Ort in Kalifornien. Da gab es dann, genau wie bei iPadOS, ein bisschen produktiver soll das Ganze zusätzlich noch werden. Das ist das, das neue App-Switcher, wo man links und rechts dann auch noch die Apps in klein sieht. Großer Pluspunkt für die iPads. Die sollen besser auch mit externen Monitoren zusammen funktionieren. Wie das Ganze dann aussieht, warten wir doch mal ab. Oh, und was habe ich da gesehen? Ich weiß nicht, ob es die Taschenrechner-App war, aber ich glaube, Taschenrechner, Wetter und die Uhr-App soll es dann in Zukunft auch auf iPadOS geben. Ab jetzt sind auch die Betas dafür gestartet. Vorsichtig da sein. Dann gibt es noch einen Haufen weiterer Sachen. Nichts für den Apple TV, aber CarPlay wird kräftig aufgebohrt. Neues Design, anpassbar auf etlichen Monitoren. Und wenn die Hersteller das auch wollen, kann man dann auch direkt das, was man hinterm Lenkrad, das Display dann sieht, darüber anpassen. Warten wir mal ab, wer da alles mitmacht. Natürlich hat der Apple wieder eine Liste. 1000 Hersteller reißen sich darum, das einzusetzen. Was die dann aber letztendlich davon umsetzen. Das heißt jetzt auch sowieso erst, Ende nächsten Jahres kriegt es das dann bei den einigen Herstellern. Was aber schneller geben wird, Apple Pay Later sozusagen mit Apple auf Raten zahlen. Da bin ich ja nicht so wirklich ein großer Freund von. Und dann haben wir noch wieder viel bei WatchOS 9 inzwischen sogar. Mehr Gesundheitsfunktionen von der Herzüberwachung beim Sport, beim Puls, dass man benachrichtigt wird, in welcher Zone man gerade Sport treibt, hin zur Medikamenteneinnahme, an die man erinnert werden kann. Ja, und nicht für alles braucht man ein Apple Watch. Einige Health- und Fitnessoptionen tauchen in zukünftig auf dem iPhone auf. Wie gesagt, Beta ist ab jetzt verfügbar, aber vorsichtig sein, die finalen Versionen sehen wir dann wahrscheinlich wieder. September, Ende September mit der neuen iPhone-Generation. Gibt es dann auch iPadOS, MacOS und wie es da nicht alles heißt. Einige rufen, geh weg mit Apple. Das Highlight der Woche war doch, die EU verpflichtet zukünftig die Hersteller, auf USB-C als einheitlichen Ladestandard zu setzen. Das bedeutet, in Zukunft Smartphones, Tablets, Zubehörprodukte wie Kopfhörer, aber auch Ladevorrichtungen für Uhren, aber auch Notebooks müssen mit USB-C geladen werden. Also nicht mehr ein einheitlich eigener Standard, nichts mehr mit Lightning, nichts mehr mit Micro-USB, nichts mehr mit, naja, eigenen Anschlussarten, gerade bei den Notebooks. Nein, USB-C eins für alle. Und nicht nur das, auch Geräte sollen zukünftig ohne Ladegeräte käuflich erwerbbar sein. Wenn man zu Hause schon ein fettes Ladeteil hat oder schon Ladegeräte hat, das ist im Endeffekt, was Samsung und Apple bei den Smartphones schon machen. Naja, wo jetzt gesagt wird, warum liegt da nichts bei, ist in Zukunft da noch optional. Ab wann gilt das Ganze mit USB-C zum Laden? Ab Herbst 2024. Es gibt jetzt Übergangsfristen und bei den Notebooks ist sogar noch mal ein bisschen länger. Ich glaube, da ist es dann sogar 40 Monate statt 24 Monate. Wer jetzt ruft, ja Moment, USB-C geht doch nur bis 100 Watt. Was mache ich denn da mit meinem Gaming-Notebook, was 160, 180, 240 Watt braucht? Da gibt es ja USB-C auch schon, das Konsortium auch weiter. Wurde ja auch schon angekündigt, höhere, naja, Watt-Zahlen damit zu unterstützen. Und bis das alles verpflichtend ist, weil das gilt ja dann nur für Geräte, die ab dann neu vorgestellt wurden. Da wird sehr interessant, wie das 24 mit den iPhones aussieht. Oder natürlich als Hintertürchen, einheitlicher drahtlose Ladestandard-Ski soll es ja auch dann, naja, das könnte man dann machen. Bedeutet, die Hersteller könnten auch komplett auf USB-C verzichten und die Geräte dann nur noch drahtlos ladbar machen. Das wird sehr interessant, aber schön für Haushalte, die bisher mehrere Sachen haben und in Zukunft nur noch ein Kabel brauchen. Was auch verabschiedet wurde, jetzt ganz offiziell, das Recht auf schnelles Internet, ging auch jetzt durch den Bundesrat, wobei ich das ja sehr unglücklich gewählt finde, den Namen zumindest, 10 Mbit Down, 1,7 Mbit Up. Da sollte man nicht von das Recht auf schnelles Internet reden, sondern einfach so eine minimale Grundversorgung. Das trifft es besser. Neue Hardware gab es aber auch. ZTE hat sein Axon 40 Ultra jetzt auch für Europa vorgestellt. Knapp über 800 Euro, Snapdragon 8 Gen 1, also neueste Hardware. Und was die Kiste ja so interessant macht, es ist wieder das Gerät mit der Frontkamera unter dem Display. Realme hat auch neues Zeug vorgestellt, unter anderem das Smartphone, was man am schnellsten per Kabel, lustigerweise auch per USB-C laden kann, und zwar mit 150 Watt. Also, da sehen wir schon, geht auch schon schneller. Gibt auch noch eine Naruto Edition und ich glaube, Dragon Ball soll es auch noch geben und was wir da nicht alles haben. Und von Nothing kam die Ankündigung für ein Event am 12. Juli, wo sie natürlich ihr neues Telefon vorstellen werden. Das Nothing Smartphone, das Nothing Phone 1. Gut, werden wir mal abwarten. Auch die wollen ja ein komplettes Ökosystem aufbauen. Apple als großes Vorbild. Warten wir mal ab, ob da wirklich das Smartphone und der ganze Rest revolutioniert werden. Von Microsoft hören wir auch was. Es gab die Tage bereits die Ankündigung von einer Kooperation zwischen Microsoft und Samsung für unter anderem einer X-Cloud Gaming App auf Samsung Fernsehern. Aber nur die aktuellen 2022er und auch nicht alle Geräte werden damit unterstützt. Halt, eine App da für die Fernseher, für das, naja, Cloud Gaming von Microsoft. Und aktuell läuft sowieso die große Betester-Pressekonferenz. Und es wurden schon andere Sachen angekündigt. Overwatch 2. Beta startet ab dem 4. Oktober. Und es wird diesmal kein Bezahlspiel werden. Es ist ein Free-to-Play-Titel. Ich glaube, für das erste Overwatch hat man damals noch 20 Euro oder so gezahlt. Und bei Diablo 4 gibt es jetzt auch die Ankündigung. Sie haben natürlich wieder, naja, Necromancer als Klasse vorgestellt. Aber ich glaube, das war auch schon öffentlich bekannt. Aber jetzt wissen wir wenigstens 2023 kommt endlich Diablo 4. Hoffentlich. Aus Sky-Ticket wird jetzt Twix. Sonst ändert sich nichts. Wobei Sky-Ticket jetzt nicht Twix heißen wird, sondern WoW. Oder nur Wow. Also es bleibt alles gleich. Sie haben tatsächlich auch nur die App um. Ist alles wieder gleich. Also wundert euch nicht, wenn ihr auf einmal Wow stehen habt. Worüber man sich auch nicht wundern sollte, weil es war ein offenes Geheimnis. Netflix hat angekündigt. Squid Game wird eine zweite Staffel bekommen. Ja. Und es wird einen neuesten Ghostbusters-Film geben. Wir wissen ja schon, eine Anime-Serie wurde angekündigt. Und jetzt, bevor sich einer zu viel freut, es wird ein, naja, Zeichentrick, ein animierter Ghostbusters-Film werden. Da sage ich jetzt nicht nein. Ich meine, damals The Real Ghostbusters, die alte Zeichentrick-Serie, die fand ich richtig gut. Warten wir doch einfach mal ab. Und damit kommen wir auch schon zur Unterhaltung der Woche. Und ich musste mich diesmal entscheiden, fange ich jetzt mit Disney Plus, Miss Marvel an. Aber nein, ich habe mich für Apple TV Plus entschieden und da jetzt die dritte Staffel von For All Mankind startet. Und die startet richtig gut. Und mal wieder so ein schöner Cliffhanger am Ende. Und jetzt ist es so, natürlich zeigen die mal wieder nicht die komplette Staffel, sondern jeden Freitag wieder eine Episode. Es wird wieder zehn Episoden geben. Das bedeutet, wenn wir jetzt anfangen, sind wir irgendwo im August, ist das dann... Oh Mann, das dauert. Auf jeden Fall großes Anguck-Empfehlung. Und wegen Squid Game, weil ich mich da ja auch so freue und weil es eine tolle Überleitung ist, gibt es mal wieder ein Tentakel-QWERTY. Und das soll es schon wieder gewesen sein mit Faultiers 5, Folge 552. Ist vorbei. Euch allen schön starten die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Anbeginn. Diese Woche war es soweit. Am Montag hat Apples WWDC gestimmt.